Die Arbeitswelt schreibt klare Regeln vor. Schnell, wach und leistungsbereit sind die Eigenschaften, auf die es im Leben ankommt. Mit 8 bis 10 Lines kann er 24 Stunden durcharbeiten. Alle 3 Stunden eine Nase. Einen Tag mit klarem Kopf gab es seit Jahren nicht. Dass er seine Gesundheit aufs Spiel setzt, ist ihm egal. Immer und immer wieder will man das Ganze teuteln. Es fühlt sich an, als hätte ich den Hang zum Teufel. Das ist keine komische Phase, verdammt chronisch auf Nase. Fuck mein Körper könnte man sagen, schon total am Arsch. Natürlich hab ich Probleme schon ewig, nie mehr geschlafen. Hab ich arrangiert dann mit wenig im Magen. Natürlich mit Medikamenten, keine normale. Weil die würden nicht helfen wie vor paar Jahren. Weil hier schon lange nichts mehr so ist, so wie es mal war. So wie man es war. Und hab ich dich so erwartet, das Klima hat sowas die kritischen Schaden. Wie bei Schneewittchen, der bis in den Appel ist. Gibt sich toxische Gifte, die dich vernichten. Verlangsam wie ein Tritt auf den Nagel. Wird den gleichen Weg genauso nochmal gehen mit nix im Magen. Scheiß auf Gott, viel zu lange nicht geschlafen. Gebt kein Fick, für mich hat der Wichser nix gemacht. Ich bin sowas wie mein schlimmster eigener Halbtraum. Vom Wind getragener Feinstoff bohrt sich durch mein Schädel. Übernimmt den Kreisloch, völlig psycho. Keiner ist sicher vor dem, was sich da damals abgespielt hat. Ich weiß auch, wie ich gesagt habe, fuck den Scheiß, den fass ich nicht an. Ich bin der Beweis, wenn der Speed dich ganz gefickt hat. Heute bin ich nicht mehr weit davon entfernt, dass ich Abschied nehmen kann. Aha. Richtige Mahlzeiten ist er nicht mehr. Zum Frühstück gibt es einen Apfel, am Nachmittag ein bisschen Joghurt. Nur mit Speed glaubt er seinen Körper wieder zu beherrschen. Wenn ich das selber nicht in den Griff kriege, dann habe ich halt das Gefühl, ich muss dieses Werkzeug benutzen. Amphitamine 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 Amphitamin, Amphitamin, Amphitamin Kein Cash wie Broker, bin broke, doch noch am Leben Sie in trostlosen Gegenden, den Mond unter Tränen Hornet dich unter, was will mir denn ein Hund erzählen? Stress mit MXS und schon fließt Schussgeld in großen Beträgen Dir bleibt nur 1, 1, 1, 0 zu wählen Ich muss irgendwie meinen Frust an den Pulschlag pegen Bin es gewohnt, im Monologen zu reden Komisches Wesen, trinkt zwei Kotsamkrisen Durchblick vernebelt Rap ist es so Ich bin drauf kleben geblieben Bereit, das Klischee zu bedienen Kann schon das chemische riechen Pure und Young sind fly Wie ein Sportschuhmodelle von Mike Spendier dir schmerzhafte Hits Du sehnt sich dadurch Kompressor mit Eis Redbacks, keine Parts mehr ein Denn das, was ich meistens treib Ist eher Modern Combat, Kampf-Taktik gleich Insofern das Money reicht Rauch die Kippen weg von Lucky Strike Jeder fährt seine Bloody Line Bei Männern tritt meist die Panik, dann der Scheintod ein Um sich müde zu machen Marschiert er stundenlang durch die Straßen seines Viertels Gegen die Nervosität raucht er eine Zigarette nach der anderen Und außerdem ist zu 15 Joints am Tag Amphytamine 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 Amphetamine 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 Amphetamine